Hallo Lebens-Champion, schön, dass du in dieses Video hineinklickst. Mein Name ist Jürgen Zwick, ich bin dein Coach und Potenzial-Maximierer. Und in diesem Video geht es um das Thema Zielklarheit schafft Strahlkraft. Was ich genau damit meine und wenn das für dich spannend klingt, dann bleibe unbedingt dran und entdecke in dir, was möglich ist. Zielklarheit schafft Strahlkraft. Ich habe mal eine Frage an dich. Willst du täglich als Persönlichkeit strahlen? Soll von dir als Persönlichkeit eine besondere Strahlkraft nach außen auf andere Menschen ausgehen? Und für gewöhnlich beantworten die Menschen diese Frage mit Ja. Und wahrscheinlich hast du dir diese Frage jetzt auch mit Ja beantwortet. Habe ich recht? Um diese Strahlkraft jedoch wirklich immer stärker zu erzeugen, braucht es Zielklarheit. Und zwar Zielklarheit in deinem Sein. Und das bedeutet, frage dich doch wirklich mal, wie willst du jeden Tag sein? Hier ein paar Beispiele. Willst du glücklich sein? Willst du Vorbild sein? Willst du vertrauensvoll sein? Willst du eine Tatkraft nach außen zeigen? Wäre dir klar, wie dein Sein ausgerichtet sein soll, jeden Tag. Das bedeutet Zielklarheit in deinem Sein aufbauen, um somit in Folge eine besondere Strahlkraft zu erzeugen. Kannst du es dir vorstellen? Wenn jemand wirklich für sich das Sein definiert, ich will Vorbild sein, in welchem Bereich auch immer, dann wird er natürlich eine andere Strahlkraft entwickeln, wie jemand, der völlig unklar, was das eigene Sein betrifft, jeden Tag durchs Leben geht. Und deswegen lade ich dich ein. Frag dich doch mal, wie willst du sein? Baue dir hier eine wirklich konkrete Zielklarheit auf und schaffe es somit, deine Strahlkraft wirklich auch zu erhöhen, auf ein neues Level zu bringen und somit natürlich auch im Außen eine ganz andere Resonanz erzeugen zu können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dass du zukünftig eine gute Strahlkraft jeden Tag erzeugst, eine gute Strahlkraft von dir ausgeht und somit auch andere Menschen entsprechend positiv unterstützt. Ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Denke daran, du bist dein einziges Limit und sei ein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Coach und Potenzial maximierter Jürgen Zwicker.